Wir sind ein Teil des Ganzen. Manchen Mitmenschen ist es bewusst geworden, dass ihre Aufgabe im Leben auch darin besteht, dass sie anderen zu helfen versuchen, die Hilfe benötigen. Solche Mitmenschen befassen sich nicht nur mit den eigenen Problemen, sie drehen sich nicht nur um sich selbst, ihr Denken und ihr Tun ist auch auf andere Menschen ausgerichtet. Manche von diesen sind sehr aktiv. Sie sind vielleicht ehrenamtlich tätig oder sie engagieren sich für Dinge, die sie für wichtig halten. Wenn man sich die Zahlen, also die Mitgliederzahlen von Vereinen und Organisationen vergegenwärtigt, dann ist die überwiegende Mehrheit der Menschen in Deutschland in irgendeiner Weise sozial aktiv. Diese Mitmenschen erfahren durch ihre Tätigkeit oder durch ihre Unterstützung von Ideen oder Organisationen auch eine positive Wirkung auf sich selbst. Indem wir uns für andere engagieren oder für eine Sache engagieren, wachsen wir manchmal über uns hinaus und vor allen Dingen können wir auch unsere Erfahrungen weitergeben. Wir sind ein Teil des Ganzen. Manchen Mitmenschen ist es bewusst geworden, dass ihre Aufgabe im Leben auch darin besteht, dass sie anderen zu helfen versuchen, die Hilfe benötigen. Solche Mitmenschen befassen sich nicht nur mit den eigenen Problemen, sie drehen sich nicht nur um sich selbst. Ihr Denken und ihr Tun ist auch auf andere Menschen ausgerichtet. Manche von diesen sind sehr aktiv. Sie sind vielleicht ehrenamtlich tätig oder sie engagieren sich für Dinge, die sie für wichtig halten. Wenn man sich die Zahlen, also die Mitgliederzahlen von Vereinen und Organisationen vergegenwärtigt, dann ist die überwiegende Mehrheit der Menschen in Deutschland in irgendeiner Weise sozial aktiv. Diese Mitmenschen erfahren durch ihre Tätigkeit oder durch ihre Unterstützung von Ideen oder Organisationen auch eine positive Wirkung auf sich selbst. Indem wir uns für andere engagieren oder für eine Sache engagieren, wachsen wir manchmal über uns hinaus und vor allen Dingen können wir auch unsere Erfahrungen weitergeben. Wir sind ein Teil des Ganzen. Manchen Mitmenschen ist es bewusst geworden, dass ihre Aufgabe im Leben auch darin besteht, dass sie anderen zu helfen versuchen, die Hilfe benötigen. Solche Mitmenschen befassen sich nicht nur mit den eigenen Problemen, sie drehen sich nicht nur um sich selbst. Ihr Denken und ihr Tun ist auch auf andere Menschen ausgerichtet.